Ja, obwohl es da in letzter Zeit zuging, wie in den besten Zeiten hier auf Elfmeter. Ah, ich weiß, ja, ja, ich nehm's dem, wie ich locke. Ja. Ja, die oben drauf und da muss ich immer sagen, die haben das mit 13 dB angegeben und das wird aber auch klappen. Mobius verschoben was, sorry, und ja, SCB, ich sag mal, beim Jagie-Element akzeptiere ich das natürlich auch, aber ich sag mal, beim Rundstrahler, genau so wie du sagst, der Zivil, die wilden 5000, die Magnetantenne, so, theoretisch soll die ganz einfach einmal eben 5000 Watt aushalten, so, feste. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so